Meine Hände sind eiskalt. Eis, Eis, Baby. What the fuck ist das, Alter? 17 Minuten noch, warum? In Rainbow würde ich jetzt meine Person rauspacken. Und den erwischen, aber hier. Ich will Lester anrufen, um die Cops wegzukriegen. Wo ist Lester? Hier. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Habe ich noch ein Level dafür? Ja, habe ich. Oh, hier ist ein Level 826. Der ist sicherlich legit. Ich bin ja bestimmt tagtäglich. So, jetzt mache ich mal voll Risky Business hier. Ich krieche durch ein offenes Feld. Auf Leute, die sich gerade umgebracht haben. Und der andere fährt da weg. Der fährt weg. Mein Loot fährt weg. Und da kommt der neue Loot. Auto fährt, Auto kommt an. Halt ich nur ein geiles Visier, ey. Der läuft jetzt hier rum. Oh, vielleicht erwische ich ihn gut. Vielleicht erwische ich ihn gut. Nein, der fährt weg. Oh, weil ich auch gar nicht die Natur bin. Ich habe doch noch einen gesehen. Gut, dass ich nochmal zurückgeguckt habe. Ich wollte gerade umbringen. Was schießt der andere auf den? Boah, habe ich einen Glück? Oh Gott, ähm, was ist denn die scheiße Situation? Links neben ist ein easy kill. Vorher ist ein möglicher Snubler, der wir nicht abfangen können. Ich habe gerade noch eine Abfangenheit. Oh, ich war auch nicht. Ich habe gerade einen Abfangen. Ich habe kein Abfangen. Ich habe mich auch nicht spülen. Mein Internet streikt gerade. Okay. Die Internetstrikes back. Okay, okay, okay. Oh, jetzt hat er getroffen. Ihr wollt echt mich durch eine Stadt führen. Wo ist der Buggy? Ich fahr die Buggy. Ah, ne, komm. Lässt mir jetzt das Wert in der Zone. Okay, okay, okay. Wie ist denn die Schüsse in die richtige Kacke geworden? Wie schießen alle Kacke? Jetzt bin ich außerhalb der Zone und muss jetzt ohne Waffe erst mal rennen, damit ich schnell in den Hut reinkomme. Ich muss mich beeilen, weil die Zone macht jetzt schon richtig stark Schaden. Und die nächste Phase, das habe ich bei Crema gesehen, das geht so schnell weg. Das ist mal abartig. Das ist wieder gebufft. Ja, aber ich finde es gut, dass es gebufft ist. Jetzt kannst du nicht mehr außerhalb der Zone gammeln bis in die Top 10. Okay, gut. Wenn du Platz 1 im Leaderboard werden wolltest, dann musstest du einfach nur in eine abgelegene Stadt. Lootest die komplette Stadt an Medicus Leer und bleibst einfach im Haus und teilst dich gegen die blaue Zone. Du kommst damit so ziemlich immer in die Top 10, hast damit gut Punkte und steigst im Leaderboard richtig weit auf. Pardon? Toll, gell? Das Leaderboard-System im PUBG ist echt eSport-ready. E-Sport-ready! Na, die Leute dann erstmal nicht mehr. Geh! Ja. Krämerer ist er, sondern… Oh Gott Leute! Drückt mir die Dampf! Ich drück dir den kleinen Finger, ich hoffe das reicht. Das ist nicht das einzige, was bei dir klein ist. Oh, shit, 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 shit. Oh, bitte. Au. Kramer, ich muss doch gleich noch mal kurz weg Geschenke eintopfen. Was, 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 was? Ich muss doch gleich noch mal kurz weg Geschenke eintopfen. Morgen ist aber kein Weihnachten. Ja, aber gewichteln. Die Person ist wieder am Arsch der Welt. Mit wem wichtest du denn? Mit deiner Mann. Ja. Was schenkst du ihr? Warte mal, ich muss dir beitreten irgendwie, wie war das? Wie ging das noch mal? Über Position 1. Position 1. Wer denkt sich das aus? Rockstar? Wie beitreten. Uh, der neue... Ubermacht, Sentinel-Klassik. Wer kennt dich nicht den guten Ubermacht, ne? Oh, aber was? Oh, nein, ah. Alter, wieso merke ich eigentlich jetzt, wie richtig hart kack ich eigentlich muss? Ah, Alter. Wie viele Leute haben sich auf mich eingeschossen, ne? Melde bitte. Wie war das GTA spielt man mit Controller? Moment. Ihhh. Ekelhaft. Alter, ich hab gerade eben zwei Sniper-Mofil geschossen. Beide haben hartkocht. Ja doch, ich weiß nämlich nicht, wie man Auto in der Luft steuert mit der Tastatur. Ich brauche Controller und Tastatur. Tastatur, sobald ich laufe, Controller zum Fahren. Ich muss mich jetzt kurz... Es ist nichts gegen euch, aber ich brauche Konzentration. Sound muted. Konzentration. Ja, leck mir doch die Eier. Bitches. Oah. Ne, rowo. Leckt... Mir die Eier. Das gibt's doch nicht, die ganze Zeit sind da so eine fucking Sniper hinter mir. ich nix habe leben ich muss mich halten ich brauche ruhe so ein, 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 raus, ein, so muss sein ok, da hinten ist einer Richtung ja ha Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020